In Altschwil, an ruhiger, leicht erhöhter und sonniger Wohnlage, nur vier Gehminuten vom alten Dorfplatz und der Trammenstation Dorf entfernt, entstehen 13 Reihen Einfamilienhäuser verteilt über vier Blöcke. Durch die durchdachte Platzierung und die Versetze in den Baukörpern fügen sich die neuen Wohnhäuser sowohl in die bestehende Bebauungsstruktur des Wohnquartiers als auch in die leicht ansteigende Topografie des Hanges harmonisch ein. Die Versetze Anordnung der Gebäude schafft private und öffentliche Außenräume mit hoher Aufenthaltsqualität. Die ost-west ausgerichteten Einfamilienhäuser bieten eine optimale Besonnung und eine attraktive Aussicht. Für Fußgänger und Velofahrer gibt es über den Arishofweg eine bequeme und sichere Verbindung zum Dorfplatz und den nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten. Die Highlights sind großzügig begrünte Umgebung mit privaten Gärten- und Dachterrassen, moderne Architektur und innovative Grundrisse, optimale Besonnung und viel Licht. Großzügige Ausbaubudgets zur Individualisierung, hochwertige Küche mit V-Zuggeräten, sogar mit Winecooler-Wärmepumpe und Fußbodenheizung, Fenster mit Dreifachverglasung, kontrollierte Wohnraumlüftung, drei separate Badezimmer. Erschwinglicher Wohnraum dank Baurecht. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.